So Freunde, dann sind wir wieder vor der Akademie, äh, Kapitel 4. Wir haben ja beim letzten Mal hier, genau hier aufgehört. Machen jetzt hier weiter. Mit dem Doga, der hier als, äh, der Zauber unterwegs ist. Und jetzt wird's interessant. Ich hab das Gefühl, ich muss mich jetzt hier ein bisschen ranschwingen. Oh, kommst du mal einmal hierher? Äh. Wir haben hier nämlich was vergessen. Ja, mach ich. Wo bist du? Hier oben drauf. Ah. Was haben wir vergessen, Doki? Da oben war was. Da drauf, ich zeig's dir. Guck mal, oben links. Aha. Ja. Schwierige Sache, ne? Wie kommt man da hoch, Doki? Im Prinzip würde ich das da oben ranklegen. Und dann kannst du da oben ranschießen. Echt? Und hochkleben. Klettern vielleicht. Warum müsste ich das machen? Oh, jetzt ist's. Und dann? Wahrscheinlich nicht so zu funktionieren. Jetzt gibt's natürlich noch die Möglichkeit, wenn ich das hier drauf schmeiße. Moment. Aber dann geht's nicht hoch, oder? Wie fährt es? Na, süß, ja. Dann geht der Würfel nämlich nicht mit nach oben. Oder aber, ich kann's ja auch, äh... Oh, Mensch, denn... Ja, genau. Aber ich seh jetzt nix mehr. Das komm ich aber nicht hin mit dem Bogen. Ich muss... Ja, Mann. Ich hab's, Doki. Wie komm ich jetzt hier hoch? Wie war das springen? Ah, oder? Nein! Aber die Idee war ja nicht schlecht. Geh mal hoch hier, warte mal. Kannst du auch ein Würfel machen? Nee. Weil Würfel gibt's nicht. Warte, 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 ganz ruhig. Ich bin oben. Doki, ich bin oben. Hahaha, Freunde, Freunde, Freunde. Da sind wir dabei. Geh weg jetzt hier. Okay. Doki, hast du gut gesehen. Das ist immer ein bisschen blöd, dass man die Bernsteine so spät zieht, ne? Ja. So, jetzt würde ich sagen... Warte ich mal hier in Schwinge. Und ich glaub, ich muss jetzt hier wieder schwingen. Ah, und dann wieder X. Achtung. Äh, ja. Das ist ja, wenn ich mitschwinge. Oh. Ah, guten Morgen. Wer schwingt rein? Okay, warte. Und? Doki, ich muss manchmal sagen, du machst das richtig gut hier. Das war reiner Zufall. Ja, aber es könnte dazu, Freunde. Zack. Das ist wahrscheinlich immer so eine Art Speicherstand, oder? Ja, genau. Aber hat das schon gespeichert? Äh, ja. Soweit es auf ist, muss gespeichert. Ah, okay. Alles klar. Das ist ja prima. So. Wo sind wir hier? Da oben können wir wieder was dran heften. Doki? Ja. Da kannst du wieder was dran heften. Die Kiste hier gleich nehmen. Brauchst du gar nicht so kommuniziert machen. Ja, müssen wir denn da lang? Ja, ja. Komm, hefte dich mal da dran. Hält dich nicht da oben? Hält dich? Ja, wenn du nicht ziehst. Ich hab' ein bisschen Angst beim Schwingen. Oh, das wird gefährlich. Wo geht's denn da hin? Wartet mal, Freunde. Eins. Zwei. Wird gleich schlecht. Und jetzt muss er aber kommen. Zack. Boah. Genial. Alle abgegrast hier oben. Alle Bernsteine. Jetzt muss ich nur wieder zurückkommen. Au. Au, 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 au. Ich hab' mich hat's ein bisschen erwischt. Nimmst du den, Doki? Den hab' ich, ja. Ich versuch mal rüber zu schwingen. Wo geht's denn weiter eigentlich? Ach, Doki, komm. Was soll das? Ich steh drüben. Oh, drüben ist kaputt. Kommst du rüber? Und aktivierst mich wieder. Einfach dran heften. Dran heften. Ja, und jetzt einfach kreuz und quer schleudern. Jawohl. Danke. Ach. Oh, hier ist auch noch ein Ding. Genau. Mach mal hier kaputt. Oh, da hinten ist auch noch. Oh. Ah. Hast du gut gemacht. Danke. Das ist auch unser nächstes Speicherpunkt. Oh. Lass mal hier drauf. Ich hoffe. Ich bewege ihn. Ja. Ha, 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 ha. Ah, wieder ein Speicherpunkt. Ah, wieder ein Speicherpunkt. Aber die Frage ist, Doki, ich möchte nochmal zurück. Ich glaub nicht, dass wir alle sehr wichtig haben. Nicht? Ne. Oh, scheiße. Verdammte Axt. Aktivier mich erstmal wieder. Wir haben doch nicht alle. Ach, guck mal, da ist der Titan. Ja, ja, aber... Ich möchte noch, dass wir noch ein bisschen... Springst du nochmal drauf, Doki? Oder traust du dich jetzt auch nicht mehr? Ist das bitter? Oder lass mal's lieber? Ne, ne. Wir gehen schon zurück. Mann, 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 du. Das ist in der Degen nicht so einfach. Muss ich was tun? Ich kann nicht richtig sehen hier. Wie ist so ein Klops. Ich glaub, wir gehen mal hier hinten hin. Was, ist das besser? Ja, ja. Ah, ja, du hast recht. Du hast recht. Das war... Bei dir sieht das nicht gut aus, wie du da drin hängst. Oh. So, nochmal zurück, Doki. Abschwing dich. Genau das, Doki. Nicht bewegen. Ich kotze gleich ab. Doki, was ist denn jetzt los bei dir? Warum bei mir? Ja. Oh, nee, nicht springen. Mach mich mal wieder lebendig. Bitte. Und komm, das schaffst du. Timo. Jawoll. Was mir das schade ist, dass man... Dass man halt ab und zu die... Die nicht so... Nicht ziehen, Doki. Warum ziehst du immer? Ich hab nicht gemacht. Aber wo schwinge ich jetzt hin? Ja, du wolltest nicht irgendwo hin. Ich wollte nochmal hier zurück. Ich guck nochmal, ob wir wirklich alles haben, Doki. Du trainierst noch? Eins. Und komm, ab. Okay. Nee, ich glaube... Ich glaub, Doki, hier sind wir durch. Nee, wir sind durch. Wir müssen da rüber zum Experten. Ich schau mal, ob ich rüber schwingen kann. Oh. Es fängt ja wieder an mit deiner Kiste hier. Eins. Und... Wie hast du das angehalten? 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 Du hast es doch da mal auf der Wurzel. Ach, wenn man auf der Wurzel steht? Hält man es an? Anscheinend. Okay. Also jetzt. Weiter. Kann man die hier doch noch runterschießen? Der Kollege macht ganz schön Krach. So. Was passiert hier vorne? Geht's in den Abgrund? Das sieht man immer ein bisschen nicht. Doki, das sieht man nicht. Ja, der will jetzt kaputt machen. Das müssen wir machen. Die Leiter hoch. Der hat durch. Wo durch? In den Baumstamm rein. Dachte ich ja auch. Aber na, oh. Und? Wie ist es? Ne, da ist keine Lücke. Warst du schon drin im Baumstamm? Nein. Irgendwas war doch mit den Ästen. Da gab es doch vorhin so eine Art Tipp mit den Ästen. Was für ein Ästen? Warte mal. Neh mal die Leiter hier. Kannst du bestimmt anfassen. Das ist ja wie so ein Surfbrett. Komm. Zauber mal die Leiter in den Baum. Ne, ich kann hier nichts zaubern. Kann hier nichts anfassen. Kann hier nichts machen. Oh, da drin ist es ungewöhnlich? Ne, ich komme da nicht rein. Achso, man rutscht durch praktisch. Das ist nur, dass ich sterbe. Okay. Das heißt, man bleibt in dem Baumstamm nicht drin. Ich glaube nicht. Was müssen wir denn hier machen? Irgendwas ist mit dem Baum hier, Toggi. Bin ich mir sicher. Oder? Mit dem Baum? Ja. Kannst du gar nichts machen. Ja, irgendwie ist das sehr merkwürdig. Kannst du... Warte mal, kann ich hier oben irgendwas zocken? Das ist wirklich bloß ein Speicherstand, glaube ich. Kommt ihr hier vielleicht irgendwo durch? Ach, da hinten geht es doch um, oder? Wo? Also, wie der Leiter kannst du nichts machen, hast du gesagt? Ne. Ah, warte mal. Hier, guck mal. Hier, auf dem Dings ist so ein Ring. Wo ist ein Ring? Ach, da ist so ein Ring. Aber... Da schießt auch nichts da dran. Also, halt. Hätte jetzt gedacht, dass... Können wir den anschießen? Ups. Wo geht es hier vorne lang? Nein. Schutzt mich ab, Toggi. Jetzt können wir den anschießen. Hm. Jetzt stehen wir ein bisschen da, ne? Kann man den irgendwie aktivieren? Irgendwie mit einem Zaug? Oh, hier geht es nicht lang. Die wirst du doch anhalten können. Ich muss doch hier irgendwas... Ja. Einfach mal in die Achillesferse. Hol weiter, komm. Auf dem Arm noch. Auf dem Arm. Wo denn? Hier schießen. Da auf dem Arm. Wo schießt du denn hin? Auf dem Arm. Ja, genau. Da, da. Da unten hin. Aber was ist dann? Den haben wir jetzt. Und dann? Muss man dann in das Holzrohr rein, oder was? Komm, schieß den mal an. Jetzt schieß den mal an. Jawohl. Ich hab mir mal gegen den Kopf geschossen. Ich bin tot, Toggi. Er auch. Ah. Oh. Oh. Ich muss... Da war ich lieber aus. Ins Herz musst du schießen. Das Herz ist offen, Toggi. Nein. Aua. Da muss einer drauf springen. Da muss einer drauf springen. Wer denn? Ich vielleicht. Bin ich. Seh mich nicht mehr. Ah. Eine seltsame Wolke getrömte aus dem leblosen Monster und verflüchtigte sich nach kurzer Zeit. Toggi, 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 Toggi. Das ist schwarze Zauberei. Aber wirklich. Seht her. Das Monster... Es besteht aus Abfall... Oh, da kommt der Trine. Aus Abfall? Das ist so böse, der Trine ist auch nicht über den Sprich. Geben wir doch dem Trine einfach unsere Kräfte zurück. Dann wären wir wieder frei und ganz normale Menschen. Freiheit. Das klingt verlockend. Die Helden hatten ihre Kräfte durch Berühren des Artefakts erhalten. Und so wollten sie es nun umgekehrt versuchen. Es scheint nicht zu klappen. Stellt euch vor, dass ihr eure Kräfte zurückgeht. Wie wär's, wenn ich dem Ding einfach einen Pfeil verbringe? Was jetzt? Ha 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 ha. Hm. Es ist schlimmer gekommen, als ich befürchtet hatte. Haben sie es zerstört. Die Wolke fliegt zur Akademie. Na toll. Und jetzt ist es noch schlimmer. Das bedeutet wohl... Wir folgen ihr! Hm? Freunde, Freunde, Freunde. Ich würde sagen... Wir gucken weiter. Wir sind ja noch vor der Akademie. Da oben gibt's wieder, äh... Bisschen Steinchen. Oh, 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 oh. Was ist das? Wir müssen kämpfen. Dunkle Magie. Sie ergreift Besitz von den Wurzeln. Mal sehen, ob die genauso schnell zu besiegen sind wie der Große. Oh, Doki. Nicht mich angreifen. Macht Laune. Schön einen draufdrücken. Ja. Ja, Doki. Nun, machen wir mal weiter. Oh. Wir gehen mal hier schwimmen, oder? Wasser bedeutet doch... Aber da oben ist ja schon wieder so eine Kugel hier. Ich kann es wahrscheinlich wieder irgendwie... Ich drehe mich mal. Ist das geil. Doki, du bist doch... Gibt mehrere Wege. Wahrscheinlich. Ich mach mal kurz einen Dreher. Achtung. Jetzt gehen wir weg. Au. Ich dachte, ich kann jetzt ein bisschen hier den... den Schleuder-Hannis machen. So, jetzt. Achtung. Schau mal hin, Doki. Oh. Da hätten wir das ja platt machen können. Das stimmt. So. Ich bin gleich schneller gegangen. Oh, da haben wir noch irgendwo was. Wie kommst du jetzt hier hoch, Doki? Du warst doch schon hier oben drauf. Na ja. Tauchen gehst du nicht mit Tauchen? Hast du schon probiert? Naja, habe ich schon. Ist nichts zu tauchen, oder? Also der Magier war besser im Schnicken. Hehehe. Dann kriege ich... Das erste Mal schon ein leichtes Krippeln im Finger. Ich habe es noch mit dem Magier geschafft, wollte ich da sagen. Weiter. Du musst mal da zu dir. Also. Ne, nach links. Ja, jetzt hoch. Genau. Okay. Ei, ei, ei. Speicherpunkt? Speicherpunkt. Hört sich gut an, oder? Freunde, das hört sich sehr gut an. Ich würde auch sagen, weil hier der Speicherpunkt ist... machen wir hier wieder ein kleines Päuschen. Wir sind immer noch... Ich mache mal kurz hier... in Hannes. Aber ich würde jetzt sagen... hier machen wir auch wieder... äh... Schluss für diese Folge. Wir sind immer noch vor der Akademie. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.